Willkommen zurück zu Dark Souls Prepared to Die Edition. Wow! Älter! Ich dachte gerade, der greift mich an. Hi! Hier mit Eisentakos. Boah, ich dachte gerade, echt, der schlägt nach mir. Zertrümmert da einfach die Gegenstände da. Okay, es ist Bosszeit. Wo guckt er denn hin? Komischer Typ. Ich hoffe, der kommt jetzt mit. Gegen den Eisengolem. Ja, er kommt. Der Eisengolem ist relativ gefährlich, weil man hier an den Seiten runterfallen kann. Wow! Ich muss, glaube ich, mal... Hallo, wieso treff... Hä? Wieso treffe ich ihn nicht? Muss ich ihn anvisieren? Jetzt. Wow! 37 Schaden. Doch so viel. Wow! Okay, Eisentakos wird gleich runterfallen und sterben. Wie? Wie? Ich war hinter ihm! Das ist nicht möglich! Schweinerei. Ja. Tarkos ist eine Superhilfe. Oh, er ist wieder drin. Sehr geil. Alter, wieso nimmt er denn keinen scheiß Schaden? Jetzt! So. Da knickt er schon ein bisschen ein. Er taumelt. Das ist sehr gut. Jau! Und da sitzt er. Okay, drauf, 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 drauf. Also, er ist nicht unbedingt schwer, Alter. Tarkos macht ja mega Damage. Hammer. Aber ich will den letzten Schlag haben. Danke. Und wir haben das Eisengolem-Kernstück. Dankeschön, Tarkos. Ich wollte eigentlich noch eine Geste machen, aber irgendwie kann ich nicht. Die Taste reagiert nicht. Jetzt. Wow! Nach zehn Jahren. 40.000 Seelen. Alter! Krass. Das ist, äh... Wow. Das ist wirklich krass. So, und das Eisengolem-Kernstück, ähm... Huch, das sind die Ringe. Damit können wir wieder was herstellen, ne? Eine einzigartige Waffe. Wenn ich denn weiß, wo ich das machen kann... Kann ich... Ja, kann ich. Die Seele, die dem Eisengolem, dem Hüter von Sensfestung und vielfachem Heldentöter von Arnoilondo als Kernstück dient. Ursprünglich ein Knochen eines immerwährenden Drachen. Mit diesem Objekt kannst du eine große Menge Seelen erhalten oder eine einzigartige Waffe fertigen. Ich will aus den Teilen einzigartige Waffen fertigen. Habe ich noch nie gemacht. Tatsächlich. Wäre das erste Mal in diesem Let's Play. So, und hier haben wir ein Ring aus Licht. Und den untersuchen wir einfach mal. Oh, ja. Oh. 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 No? Oh! Und wir sind angekommen in Arnor Londo. So, und wenn wir zurück wollen, können wir jederzeit mit ihm hier reden. Und er trägt noch zurück. Wollen wir aber erstmal nicht. Wir wollen uns jetzt hier ganz schnell das Leuchtfeuer holen. Das ist in der Nähe. Und dann erstmal ein paar Level-Ups machen. Das ist erstes Ziel. Es sieht so gut aus einfach, Arnor Londo. Hi! Die sind freundlich, solange man sie nicht angreift oder ihnen zu nahe kommt, glaube ich. Beziehungsweise, ich glaube, man muss sie angreifen, glaube ich. Damit sie feindlich werden. Gucke ich gleich. Erstmal Leuchtfeuer holen und leveln. Dass die Seelen nicht weg sind. Beziehungsweise erstmal hier mit der jungen Lady reden. Du bist ein rare Besitzer. Willkommen in der verlassenen Stadt von Anor Londo. Der geschah und unendet. Wenn du siehst von Herrn Gwynns alten Kiel, exit hier. Und geh direkt nach links. Wenn du der geschah, wird dir eine Erklärung besitzen. Was folgt danach, depends auf dich. Was ist das? Was bin ich? Na gut. Ich bin der Kiefer des Bonfires. Wenn nicht für mich. Welches Beacon würde es in dieser verlassen Stadt sein? Die Rüstung ist cool. Die Rüstung ist cool. Sie sind links zu einem anderen. Und ihre Flamen nie sterben. Und noch nie werden die Kiefer dieser Flamen treffen. Wenn du dich umdrehen möchtest, jetzt ist die Zeit. Das ist, nach allem, was das Bonfire für. Wenn du dich umdrehen möchtest. Wenn du dich umdrehen möchtest. Ne, das ist, äh, physische Abwehr. Das ist alles physische Abwehr. Stärke, äh, so bringt gar nichts mehr, oder? Für rechte Waffe und sowas. Bringt das noch was? Es sieht ehrlich gesagt gerade nicht danach aus. Dann mach ich erst mal Kondition. Ja, bitte. 2.000 Seelen bleiben. Okay. Gut. Ähm... Jetzt möchte ich einmal doch hier hin. Weil... Bei den netten Leuten... Truhen stehen. Und ich hab keine Pfeile mehr. Das ist schlecht. Und die kommen beide. Das ist auch schlecht. Oh, warte mal, der geht zurück. Wenn der zurückgeht... Wenn der zurückgeht... Wow! Der kommt ja wieder! Das hab ich nicht gesehen. Wow! Okay. Muss ich mich grad ein bisschen konzentrieren. Deswegen bin ich ein bisschen leiser. Aber jetzt haben wir nur noch einen. Huch! Sie sind nicht so schwer, weil sie halt sehr langsam sind. Aber sie ziehen gut Ausdauer. Okay. So, die Kiste ist aber glaube ich eine Mimik, oder? Nee. Die nicht. War es eine andere? War es die im anderen Raum da hinten? Da gibt es nämlich den gleichen... Oder das gleiche nochmal. Wo? Okay. Perfekt. Ist nur einer, der kommt. So nicht, mein Freund. Au. Das war doof. Hauptsache wegspringen, ne? So. Das war er. Jetzt noch der andere. So. 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 Das war er. So. 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 bist eine Mimik. Wow, wow, wow. Da willst du mich greifen. Wenn ihr es das schafft, dann bin ich wahrscheinlich tot. So. Ciao. 2.000 Seelen und eine Kristallhelebarde. Und die ist tatsächlich interessant. Hi. Lässt mich durch? Natürlich nicht. Wow, da wollte er gerade seinen Schildschlag machen. Und dann habe ich ihn zum Glück aufgehalten und bin trotzdem mitgerollt. Aus-Vorsichtsgründen. So. Auf Wiedersehen. Das ist er. Lassen die auch mal was fallen eigentlich? Nee, ne? Er auch nicht. Hm. Vielleicht nur selten. Oder halt auch gar nicht. Weiß ich nicht. Okay. Hier an sich, wo ich jetzt hingehe, kommen wir zwar noch nicht weiter, aber... Weil hier ein Tor ist, ne? Wo wir nicht durchkommen. Aber ich wollte das einfach mal zeigen, damit, äh... Weil später öffnen sich die sich natürlich irgendwann und dass man zumindest, äh, schon kommen die jetzt her oder so. Keine Ahnung. Deswegen wollte ich die mal zeigen. Okay. Ich glaube tatsächlich... Ich setze mich nochmal ans Feuer, dass ich volle Flakons habe. Und... Nehme ein paar Seelen zu mir, um nochmal ein Level-Up zu machen, oder? Ich schaue mal, wie viel ich für ein Level-Up brauche. 15.000. 15.000 und was? Und 6. Okay, 15.000 und 6. Wie viele Seelen haben wir denn? Ich benutze den einfach mal. 8.000. Oh, okay. Dann reicht es ja. Für ein Level-Up. Was? Ich, ähm... Ich weiß nicht. Stärke bringt wirklich nichts mehr. Kann ich mir eigentlich tatsächlich fast gar nicht vorstellen. Beweglichkeit bringt nochmal linke Waffe. Toll. Ähm... Vielleicht tatsächlich die Kondition nochmal hoch. Dass wir ein bisschen fettere Rüstung tragen können irgendwann. Und besser geschützt sind. Vielleicht sogar jetzt schon. Warte mal. Ähm... Zum Beispiel der östliche Helm. Nein. Ja, Rüstung. Ja, Rüstung. Ja, Rüstung. 12,3. Die wiegt 11,7. Die gibt 39. Die östliche 45. Vielleicht... Jo, geht. Sehr schön. Bisschen mehr Schutz. Bisschen besseren Schutz. Und die sieht auch eigentlich ziemlich geil aus. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, ähm... Sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder zu Dark Souls Prepare to Die. Ja, Rüstung. Spannung. orrow. Die Detomi ist die ganze Welle. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020